Liebe Freunde, herzlich willkommen zur Business-Präsentation des Tokens Ultima. Mein Name ist Alex Reinhardt, ich bin Unternehmer, Investor, einer der führenden Experten auf dem Gebiet der Blockchain- und Kryptotechnologie sowie Gründer mehrerer Projekte und Unternehmen mit einer Gesamtkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Euro. Ich zeige Ihnen, wie Sie an Kryptowährungen und an der Blockchain-Technologie Geld verdienen können. Ein kurzer Disclaimer gemäß allen gesetzlichen Anforderungen. Sicherlich haben Sie schon von Bitcoin und anderen Kryptowährungen etwas gehört. Es ist eine Evolution des Geldes und sie findet direkt vor unseren Augen statt. Genauso wie wir von Bargeld auf elektronische Zahlungen umgestiegen sind, sind Kryptowährungen nicht mehr die Zukunft, sondern bereits unsere Gegenwart. Der Bitcoin-Preis ist von 10 Cent auf 70.000 Dollar gestiegen. Das ist ein Wachstum von 70 Millionen Prozent. In unserer Präsentation geht es um den Hyperdeflationären Token Ultima. Er kam Anfang 23 auf den Markt und stieg von 10 Cent auf 5.000 Dollar und er wächst weiter. Eine Hyperdeflation bedeutet, dass das Angebot auf dem Markt stark abnimmt und die wachsende Nachfrage und das Defizit beginnen, den Preisanstieg zu stimulieren. Ultima ist bestrebt, in den kommenden Jahren die Marke von über 100.000 Dollar pro Token und 100 Millionen Nutzer zu erreichen. Unser Ziel besteht darin, all diejenigen zu vereinigen, die Kryptotechnologie nutzen möchten und eine Brücke zwischen dem realen Wirtschaftssektor und dem Kryptomarkt zu schlagen, um Millionen von Menschen weltweit dabei zu helfen, ihre finanzielle Lage zu verbessern. Gerade dazu wurde der Ultima-Token entwickelt. Warum wächst der Preis von Ultima so schnell? Der Token ist von 10 Cent auf 5.000 Dollar gestiegen und steigt weiter. Warum? Dafür gibt es mehrere Gründe. Die wichtigsten davon sind das globale Ökosystem rund um den Token Ultima und sehr praktische Tools, um mit dem Token Geld zu verdienen und ihn im Geschäftsleben sowie im Alltag zu nutzen. Unsere große und sehr aktive Community sichert dem Token hohe Liquidität und Nachfrage. Ultima ist ein Token, der auf der innovativen und voll dezentralen Smart Blockchain mit einem offenen Quellcode und auf der Smart Blockchain-Technologie basiert. Die Smart Blockchain ist wie ein Buch, in dem alle Transaktionen aufgezeichnet werden, aber niemand kann seine Seiten herausreißen oder das Geschriebene später ändern. Die wichtigsten Vorteile der Blockchain sind Dezentralisierung, Smart-Kontrakte, Sicherheit und volle Transparenz. Die vollständige Dokumentation über den Ultima-Token und seine Wirtschaft ist im White Paper verfügbar. Im Ultima-Token sind verschiedene Mechanismen der Hyperdeflation implementiert, um sein Defizit zu erhöhen und seinen Börsenkurs steigen zu lassen. Die Anzahl der Tokens ist streng begrenzt und kann 100.000 Tokens nicht überschreiten. Jeden Tag kommen maximal 25 Token auf den Markt und jedes Jahr findet ein Holding statt, nachdem die Anzahl der Tokens, die auf den Markt kommen, halbiert wird. Zusätzlich werden bis zu 5% jede Transaktion im Netzwerk für 5 Jahre eingefroren. Die schnelle Reduzierung der Tokenanzahl auf dem Markt und die Erhöhung der Nutzerzahl stärken den Wert und das Preiswachstum von Ultima. Den Token Ultima kann man nicht nur bequem zum Bezahlen von Waren und Dienstleistungen verwenden, er ist auch ein sehr leistungsfähiges Werkzeug zum Geldverdienen und Businessaufbau. Mit der eigenen Debitkarte Ultima kann man verschiedene Kryptowährungen schnell und einfach in Fiat-Geld konvertieren und weltweit Zahlungen vornehmen. Hunderttausende von Nutzern zahlen schon mit unseren Karten und sind absolut begeistert. Je mehr Menschen die Karte benutzen, desto höher ist der Ultima-Preis und desto besser entwickelt sich Ultima in der ganzen Welt. Der einfachste und profitabelste Weg Ultima zu erhalten, geht über einen delegierten Liquiditätspool. Dies ist ein dezentralisierter Speicher von Tokens in Form von Smart-Kontrakten, der nur von der Blockchain selbst verwaltet wird. Die Aufgabe des Pools besteht darin, für die Liquidität und das Defizit des Tokens auf dem Markt zu sorgen und die Tokens unter den Pool-Teilnehmern gleichmäßig zu verteilen. Durch das Einfrieren von Ultima-Tokens schließen Nutzen einen speziellen Smart-Kontrakt mit dem Pool ab. Gemäß den Kontraktbedingungen erhalten Nutzer für das Einfrieren von Ultima in ihrer Wallet das Recht, tägliche und lebenslange Belohnungen in Form von Ultima-Token aus dem Pool zu erhalten. Diese Tokens kann man verkaufen, um vom Wechselkurs zu profitieren oder man kann sie noch einmal einfrieren und dadurch seine lebenslangen Belohnungen aus dem Pool weiter erhöhen. Um tägliche und lebenslange Belohnungen aus dem Pool zu erhalten, müssen Sie einen Smart-Kontrakt abschließen und Ihre Ultima-Tokens einfrieren. Sie können dies auf zwei verschiedene Weisen machen. Die erste und die einfachste Möglichkeit besteht im Einfrieren von Ultima-Tokens für 10 Minuten in Ihrer Wallet. Die zweite profitable Möglichkeit ist, mit Hilfe eines speziellen Promopakets die Tokens für 12 Monate einzufrieren und Booster-Splits als Geschenk zu erhalten. Die Booster-Splits sind Anteile, die Ihren Besitzern das Recht einräumen, zusätzliche tägliche Belohnungen in Form von Ultima-Tokens aus einem speziellen Pool zu erhalten. Je mehr Tokens Sie einfrieren und je mehr Splits Sie haben, desto höher ist Ihre Belohnung von der Blockchain. Jetzt sind die Belohnungen aus den Pools sehr hoch, aber jeden Monat werden sie reduziert und der Preis steigt. Deswegen beginnen Sie, die täglichen und lebenslangen Belohnungen jetzt zu bekommen. Die Ultima-Tokens kann man sofort verwenden. Man kann sie verkaufen, zum Kauf eines neuen Pakets benutzen, Waren und Dienstleistungen damit bezahlen. Mit einem speziellen Rechner können Sie ganz einfach berechnen, wie viele Belohnungen Sie täglich aus dem Pool erhalten werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, von Ultima zu profitieren. Sie können entweder passiv Ihre Belohnungen von dem Pool erhalten oder über Ultima-Business-Plattform Geld verdienen. Unser Produkt ist so gut und sein Wert ist so offensichtlich, dass mehr als 90% derjenigen, die Ultima näher kennenlernen, zu unseren Mitgliedern werden. Wenn Sie ernsthafte Absichten haben, Ihr Leben möglichst glücklich und angenehm zu gestalten, mehr Spaß zu haben, mehr Geld zu verdienen, mehr zu reisen und nicht von einem Gehalt zum Nächsten zu leben, dann schließen Sie sich uns jetzt an. Reden Sie mit der Person, die Sie eingeladen haben. Und sie sendet Ihnen einen Link zum Anmelden zu. Wenn Sie diese Person noch nicht angerufen hat, melden Sie sich selbst bei ihr und sagen Sie, bitte geben Sie mir den Link. Ich möchte mein Boni und meine Profite ab morgen erhalten. Schließen Sie sich uns jetzt an. Vielen Dank.